ein wunderschönen guten abend ich hoffe ihr habt nichts besseres zu tun auf einen sonntag als bei mir zuzuschauen ton und bild sollte da sein hoffe ich also wir werden heute in dem chat mal ein bisschen was anderes machen und zwar werde ich ich zeichne zwar immer wieder den chat auf aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig mit der wiedergabe normalerweise kann man sich den stream anschauen und kann den chat verlauf mit einschalten aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren und deswegen werde ich jetzt wenn eine frage gestellt wird werde ich diese frage immer vorlesen und werde dann diese frage beantworten eine nach dem anderen und jetzt werde ich erstmal begrüßen erstmal alle leute die noch dazu gekommen sind ich sehe gerade martin ist da hello martin yuki torsku und der alex und natürlich alle anderen die immer fleißig dabei sind der gute tobias ist natürlich immer am start ja der patrick herzlichen glückwunsch zum ersten platz war jetzt hier beim stream start schon wieder keine musik na ja ich habe jetzt die woche noch urlaub also bis donnerstag freitag gehe ich wieder arbeiten aber ich werde mir die woche doch noch jemanden suchen so ein kleines opfer wo ich ein tattoo machen kann weil es kribbelt ja doch schon so bisschen in den fingern ja ich war auf der aida wie war's also die also die umgebung ist schon wirklich wahnsinn wir sind ja norwegen gefahren und das schon wirklich krass was die natur so vorbringt ja auf jeden fall habe ich jetzt viel mehr muskeln in erwarten ja da waren jede menge muskeln habe ich jetzt in erwarten wir sind wirklich viel gelaufen und viel berghoch natürlich dann auch bergrunter ja irgendwie dachte ich es ist eine gute idee sich neue schuhe zu kaufen und diese mitzunehmen bis ich dann festgestellt habe dass ich schon blaue zehe hatte ja und dann musste ich mir natürlich in norwegen noch mal ein paar schuhe kaufen mit einer nummer größer tja ganz da keine ahnung ich muss mal schauen wie ich wann was mache und ihr habt ihr die woche gut rum bekommen ich hoffe doch ja wir hatten ja letzte woche oder so hatten wir ja das thema und zwar mit einem tattoo künstler jetzt muss ich mal schauen wie der heißt die sina ist wahrscheinlich noch nicht da die mir das jetzt sagen könnte egal und zwar ging es da um tattoo module dieser gute herder aus england der gute her aus england der hat der macht so mandala techniken und der macht auch immer so kurze videos ich muss mal schauen ob ich ihn hier drunter verlinkt bekomme und der hat das sieht auf den ersten blick sieht es wirklich gut aus was er da macht und der hat auch eigene tattoo module und ich habe natürlich wieder keine kosten und mühen gescheut und habe sie mir bestellt und zwar hier diese symmetrie module das sind jetzt hier bloß diese drei kartons ich habe noch mehr davon ich habe einmal so mein grund sortiment bestellt und werde diese demnächst mal testen ich bin wirklich gespannt also der erste eindruck muss ich ganz ehrlich sagen sind es wie alle china module man kennt glaube ich diese verpackung sind ja genau esten reynolds genau kevin danke ja im grunde genommen sehen die module aus wie alle module aussehen aus dem gleichen werk keine ahnung ich werde sie ausprobieren aber ich muss sagen bevor ich überhaupt ein modul ausprobiert habe weiß ich dass ich die nicht noch mal bestellen werde weil sie sind wirklich teuer und das problem ist sie kommen aus england wir haben jetzt zoll und allen pipapo dafür sind sie wirklich teuer ja die juki schreibt dass anfang september eine tattoo convention ist juki erzähl mir wo die ist ja der holger meint dass eine aida reise für alte leute ist und da gebe ich dir recht also das ist ein bühnenprogramm was sie da so hatten ist wirklich auf alte leute angelegt und die hatten da eine bilder versteigerung und ihr glaubt nicht für was die leute geld ausgeben und da war ein dagobert duck bild das wollte ich gerne haben ich fand's mega cool ich habe es sogar fotografiert obwohl dran ist stand darf ich nicht aber das schild dass ich das nicht darf habe ich zu spät gelesen und ich zeige euch das mal kurz mal gucken ob man das sehen kann genau so sieht das bild aus die größe war vielleicht ja 60 mal 60 und dann habe ich da gestanden bei der versteigerung habe mir noch mit jemandem unterhalten und habe gesagt derjenige hatte sich auch dafür interessiert und ich ihn gefragt habe wie viel würde er mitbieten dann sagt er 50 euro dann habe ich gesagt naja ich würde mit 80 mitgehen aber nur wenn der rahmen dabei ist ja dann kam die versteigerung und der startpreis von diesem bild waren 2100 euro niemand hat mitgeboten das ding ist direkt so wieder an die wand gegangen und keiner hat's gekauft verrückt ja der martin schreibt dass man wenn man den aston reynolds zuschaut das linework ist wie wenn man ein porno zuschaut ja da gebe ich dir recht aber martins tu dir mal selber den gefallen nimm mal so ein video mach mal ein screenshot von diesem video und zieh dir das mal groß und schau dir mal die linie nochmal genauer an ach die convention ist in idar-oberstein ich weiß nicht mal wo idar-oberstein liegt das hört sich so bergig an am dritten september bis vierten september am zweiten ist die convention in idar-oberstein hast du mal geschaut ob es eine internationale ist weil wenn es nur eine nationale ist fahre ich nicht hin also würde ich nicht hinfahren zu einer nationalen wenn ich was sehen will dann eine internationale und das allerletzte was ich tun würde würde mir da ein tattoo machen lassen ja dann habe ich habe ich mir direkt noch was dazu bestellt ich bin ja mit der eclipse farbe super zufrieden aber ich habe mir jetzt einfach noch mal eine andere farbe dazu bestellt um sie einfach mal zu testen und zwar das ganga black von dynamic ich will einfach mal ausprobieren ich will mal schauen ob es so ist wie das alte dynamic und ich werde euch auf jeden fall auf den laufenden halten was mit dieser farbe so los ist aber sie scheint wirklich sehr dünnflüssig zu sein und das finde ich sehr gut Saarland ja dass ich in in saarland bei der bundeswehr war habe ich wahrscheinlich schon erzählt oder in lebach war ich stationiert aber es ist auch schon ewigkeiten her ja ich habe gedacht wir machen heute wir machen heute einfach mal eine vorlage eine wir spielen das einfach mal so durch ich dachte mir so wie wenn der kunde zu mir im laden kommt der sagt mir ja ich hätte gerne das das und das und ich habe auch schon geschaut wir haben ein also ich habe ein paar bilder von körper stellen wo das tattoo dann rauf sein rauf soll und dann schauen wir welche also der kunde sagt mir dann im prinzip was er gerne haben möchte und wohin er es haben möchte und dann machen wir hier eine vorlage zusammen und zwar ihr werdet mir sagen einfach mal ein paar ideen könnt ihr schon reinschreiben äh um was es gehen soll äh das triple black falls du also äh sayurika meint die dynamic farbe interessiert dir und das triple black ist super nur leider nicht zugelassen äh äh falls rika falls du das triple black vom panthera meinst das ist zugelassen und zwar haben die ein neues rausgebracht du bekommst die gesamten panthera farben inklusive die beiden stufen von dem ralf nonnweiler bekommst du jetzt auch auf äh reach basis ich suche sie raus und den link werde ich mit unter dem stream packen ich werde diesmal den stream auch anders machen ich werde ihn nicht gleich anschließend online stellen sondern ich werde ihn zusammenschneiden und einfach ein bisschen bearbeiten und dann wird er dienstag online gehen ja ansonsten ich glaube mir gefällt das ganz gut mit dem stream auf dem sonntag ich glaube das werden wir beibehalten man muss es ja nicht so ewig in die länge ziehen wenn es halt nicht viel zu erzählen gibt dann kann man das ja auch ein bisschen kürzer machen aber wenn man dann doch donnerstags lange gearbeitet hat und dann noch den stream machen das doch schon ein bisschen anstrengt achso von dynamic triple black kenne ich gar nicht habe ich noch nie gehört ich kenne nur das alte dynamic aber keine neuerscheinungen oder so kenne ich nicht ich wollte jetzt einfach nur mal diese ganga ausprobieren ich glaube ich habe es auch nur gekauft weil da stand nur zwei flaschen verfügbar ja mit den videos wird es dann jetzt auch anders weil ich brauche ja es wäre ja nicht gut wenn ich sonntags ich habe jetzt immer sonntags um 18 uhr ein video hochgeladen und wenn wir jetzt aber sonntags 1830 das den live stream machen und sonntag 18 uhr das video fände ich ein bisschen blöd und deswegen werde ich jetzt in zukunft äh dienstags ein ein video machen es wird jetzt jeden dienstag wird es ein erklärvideo geben wenn es videos zu machen gibt über irgendwelche produkte oder so weiter die werden jetzt immer donnerstags kommen also es kann sein dass donnerstags mal kein video kommt weil ich dann halt einfach nichts zu erzählen habe aber ich will versuchen dass jetzt wirklich immer regelmäßig dienstags kommt ein erklärbär video und sonntags machen wir den live stream und donnerstags eventuell ich habe ja jetzt noch die magero das video das werde ich noch erklären ja keine ahnung und noch solche sachen halt ja dann haut mal was raus hier was für motive oder ich schaue mal ich versuche euch mal ein bisschen zu helfen da das ja jedoch ein bisschen schleppend geht so ich gebe euch jetzt zwei körperstellen vor und ihr entscheidet was wir da machen ja zwei ideen sind schon gekommen der patrick schreibt diese auf näher tattoos und rika frankenstein und braut naja also ich würde ja mal so sagen dass wir vielleicht motive nutzen die die auch die euch auch weiterbringen und frankenstein auf tattoos oder ja oder auf näher tattoos das sind ja nun tatsächlich ein paar spezielle sachen und ich denke euch würde vielleicht ein bisschen weiterbringen wenn man das standard motive macht keine ahnung irgendwas was auch wirklich gefragt ist weil damit hilft man euch glaube ich besser weiter also so ja genau anfänger tauglich was heißt anfänger tauglich dass man man könnte ja zum beispiel was weiß ich hier diese klassiker ne mandala blumen müssen wir nicht nehmen holger blumen aber so ein mandala dort work oder wie auch immer so dass ich euch ja genau sand sand uhr tach dennis sand uhr kompass und so kram dass ich euch ich möchte euch gerne erzählen erst machen wir die vorlage fertig und anschließend möchte ich euch erzählen welche nadeln ich nehmen würde welche farbabstufung ich nehmen würde und so weiter so dass ihr wirklich ein bisschen was davon mitnehmen könnt wenn jetzt natürlich mal irgendwelche frankenstein dinger gefragt sind dann kann man das natürlich machen ich will euch halt einfach nur zeigen wie ich vorgehe wenn wenn der kunde bei euch im laden steht weil ich mache es so mich interessiert überhaupt gar nicht was der kunde haben möchte ich frage ihn maximal einen tag bevor der termin ist schreibe ich schnell eine whatsapp kannst du mir sagen in welche richtung wir gehen und dann wird es mir geschrieben und dann wenn der tag da ist dann mache ich mit dem kunden zusammen die vorlage so also wir könnten uns ich hätte jetzt hier zum beispiel ein unterarm da könnten wir irgendwas machen nein rika also rika meint ist das nicht knapp bemessen so eine vorlage vorlage kann doch dauern nein also aus meiner jahrelangen erfahrung muss ich jetzt mal so sagen es ist so dass sich viele tattoos einfach wiederholen wo ich persönlich mehr zeit brauche ist wenn ich ein porträt mache weil ein porträt mache ich nicht hier so mal hin und her mal einfach ebenso schnell da brauche ich ein bisschen mehr vorlaufzeit ich brauche vernünftige bilder gute qualitäts bilder dann zeichne ich gerne das porträt einmal selbst und dann noch mal als tattoo weil es halt vernünftig aussehen soll aber hallo bostian aber so generell es kommen doch im grunde genommen kommen doch immer dieselben tattoos die leute wollen halt eigentlich immer dasselbe haben hier bei mir im laden zum beispiel unheimlich viel mandala ja dort wird pattern und solch kram wenn es große tattoos sind ab und zu mal ein biomechanik tattoo und und all solche sachen ja rika wenn du ich weiß dass du ja eher so dein manga kram machst da oder manga charaktere oder was auch immer aber damit wird man nicht reich oder damit wirst du auch nicht den kühlschrank gefüllt bekommen weil dieses manga ist ja schon wieder so speziell dass es nur leute wollen die auch manga mögen und ich gehöre zum beispiel nicht dazu und ich persönlich kenne auch niemanden der irgendwie manga gut findet und bei deiner art der tattoos hast du genau zwei probleme das eine problem ist kaum jemand will farbtattoos haben und manga lebt ja nun mal durch die knalligen farben und das zweite ist manga ist so speziell also da hast du wirklich nur die möglichkeit entweder reisen 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 von a nach b reisen so wie ich es heute in dem video schon gesagt habe dann kannst du dich spezialisieren auf eine sache aber um um hinzubekommen dass diese tattoos wirklich gut aussehen dass man da sich einen namen mitmacht musst du auch die möglichkeit haben diese tattoos zu üben also wenn man sich rein auf manga spezialisiert weiß ich nicht und die meisten leute kommen ja auch an und sagen mal angenommen die würden manga gut finden ich weiß nicht wie es läuft bei manga aber da heißen ja wahrscheinlich einige typen heißen ja die werden ja namen haben so und wenn ich diesen namen habe dann gehe ich einfach bei google rein such mir diesen diesen charakter von diesem manga und dann habe ich da kann man dann noch ein bisschen was umzeichnen oder so aber das ist auch ruckzuck gemacht und rika die frage ist ja ich finde also ich gehe mal wieder auf rika ein weil ich das doch sehr interessant finde die frage ist ja auch wenn ich zu dir komme und ich möchte von dir ein manga tattoo haben wie wie berechnest du das bezahle ich diese diese vorlage schon das zeichnen an sich oder nur das tätowieren naja rika also rika meinte also rika schreibt hier ich mache nicht nur das das tatsächlich gibt es viele gibt es sehr viele die das mögen fast jeder den ich kenne hat tattoos in diese richtung natürlich das ist zum beispiel ich bin selbstständig und ich kenne natürlich auch viele die selbstständig sind so wie jemand der unheimlich gern ganz ganz viel alkohol trinkt der kennt natürlich auch ganz viele leute die ganz viel alkohol trinken man man umgibt sich ja immer mit seinesgleichen die frage ist halt nur ob es ausreicht um sein leben davon zu finanzieren wenn man eine richtung macht aber ich denke rika so wie du das meinst ist eher so ist es ja beim tätowieren immer ich mache zum beispiel unheimlich gerne maori maori habe ich aber auch nicht jeden tag und das ist das was ich gerne mache und du machst sicherlich viel gerne manga ja und da es gibt immer manche sachen wo man die vorlagen länger braucht naja rika also rika meint das ist eine gute frage das war auf dem bezug mit dem ob man diese vorlagen zeichnung dann bezahlen sollte wenn viel arbeit in der vorlage steckt sollte es irgendwie entlohnt werden ich sehe das auch so aber ich glaube dass das sehr schwierig umzusetzen ist weil ja ich weiß nicht also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass jemand das bezahlen würde also in meiner ganzen laufbahn habe ich noch kein gesehen der eine vorlage bezahlt bezahlen würde für irgendeine manga zeichnung oder für irgendetwas anderes das glaube ich nicht und umso länger das dauert umso schwieriger ist es wenn du natürlich mit dem manga nachher so gut bist dass du im prinzip dieses manga direkt auf die haut zeichnen kannst weil du musst ja bei foto also bei pro create oder wie auch immer du musst das nicht farblich gestalten ist ja quatsch das ist ja zeit die unnötig ist in meinen augen da reicht es im grunde genommen wenn du die outlines machst und wenn du die natürlich auf die haut direkt drauf zeichnen kannst diese manga-figuren und arbeitest dann dein tattoo dann ist es also das mega ja enika guten abend so jetzt haben wir aber genug über manga gesprochen ja black spirit meint das ist dass er sich auch auf das gebiet von maori spezialisieren möchte und freut sich auf tipps wegen der verzehrung an den körper stellen was mich bei maori absolut fasziniert ist es spielt überhaupt gar keine rolle ob du eine verzehrung am körper hast oder nicht hast wenn du maori machst kannst du dein zu 90 prozent 95 prozent würde ich sagen kannst du dein stencil direkt weglassen maori muss rauf gezeichnet werden es muss aus deinem ja es also man sollte sich mit maori grundlegend ein bisschen auskennen und dann wird es halt direkt auf die haut gezeichnet man teilt sich den die haut ein und zeichnet dann freihand sein maori darauf da gibt es ein paar tricks wie man das machen kann wie man es umsetzen kann aber eine verzerrung ist völlig egal weil ein stencil passt sowieso nicht ach martin du sprichst mir außer seele wie oft ich diesen text schon gehört habe für die die den chat nicht lesen können hier schreibe ich mal der liebe martin hat geschrieben hallo mein name ist usula unzufrieden ich möchte auf meinem unterarm gern ein mandala haben mit einer blume in der mitte gern mit ein paar ketten die richtung hand fallen klassisches tattoo macht man doch sehr sehr oft und mehr es ist wirklich schon ausgelutscht ich glaube dieses mandala blume kette auf der hand das ist glaube ich das arschgeweih 2030 ja die rika schreibt das ist logisch wäre ganz normal alles zu machen aber zu bewerben was man gerne macht im besten fall kommen die kunden dafür ansonsten halt nicht sie würde sich nicht auf nur eine sache binden das kannst du auch nicht machen weil du dann pleite gehen wirst und wie will man denn eine sache bewerben die man gerne macht aber wo man nicht weiß ob man es überhaupt hinbekommt das ist ja auch noch mal so eine frage und ich hatte ja auch ein paar vorlagen von dir gesehen und dieses farbspiel da drin es ist als pro create zeichnung toll aber dieses umsetzen dass das auch wirklich gut funktioniert ist doch sehr sehr schwierig also ich empfinde es als schwierig vielleicht läuft es bei dir komplett so von der hand und dann wird es gut aber ja ich wünsche dir auf jeden fall ich drücke die daumen dass das alles so funktioniert wie du dir das denkst und vielleicht wohnst du ja wirklich in so einer traube in seiner so einer manga traube dass du ganz groß damit rauskommst ich wünsche dir dass das klappt und nun war ich schon wieder bei manga ja die zweite körperstelle hätten wir im grunde wenn ich ein bisschen suche habe ich irgendwie alle körperstellen und zwar zweite körper region hätten vielleicht noch eine ware von hinten also was ich aus dem spreewald kenne sind die gurken zu einem sechzehntel chiroki indianer dann legen wir uns jetzt auf jeden fall schon mal fest dass wir den oberarm hier machen also den naja hier jetzt müssen wir uns nur noch festlegen was wir da machen hier ist doch schon mal was interessantes er hätte gern der gun gunstar schreibt er hätte gern ein läufer marathon wahrscheinlich soll dann noch die uhrzeit vier minuten ne quatsch vier stunden und drei minuten oder vier minuten und drei sekunden keine ahnung und den fernsehturm von berlin das hört sich doch schon mal gut an bristan knopper ja das kannst du kannst du gerne tun die e mail adresse die die kannst du die steht nachher unterm jetzt ist mein chat weg ist ja verrückt die steht nachher unten drin und die kannst du da kannst du das hinschreiben an wie heißt es hier in area friends da wo auch die tattoo bilder hingeschickt werden da kannst du gerne dein anliegen hinschicken und dann kann ich mir das angucken kein problem ein wolf auf dem unterarm ist auch eine gute idee ach so auf die ware ja das das mit dem läufer und dem fernsehturm sollte auch die ware ja da wird es ja auch glaube ich am besten hinpassen aber im grunde genommen spielt es überhaupt keine rolle ob wir das nun auf die ware machen oder hier machen am ende im endeffekt kannst sowieso dahin setzen wo man es braucht ich würde sagen bis 19 uhr 20 hören wir uns hier noch da haben wir noch zehn minuten da hören uns jetzt noch ein paar ideen an und dann werden wir einfach mal anfangen wie wir diese vorlage machen eine katze katzen ja keiner mehr ideen so bis jetzt haben wir einen diese läufer marathon wo liegt eigentlich der unterschied zwischen einem läufer und einem marathon also kann man marathon überhaupt bildlich darstellen also ich bin jetzt nicht so der läufer habe da keinen keine ahnung von aber das kann man sich ja dann einfach mal anschauen so das wort marathon ach so so dann haben wir hier noch auf der wade ein wikinger kompass mit zwei raben hier wäre noch eine zündkerze ein u-boot was gerade aus dem wasser auftaucht das ist ja glaube ich was ganz einfach ist jetzt habe ich hier gerade mal geschaut nach einem nach einem u-boot was gerade aus dem wasser auftaucht würde ich tatsächlich so nicht tätowieren und ich zeig dir warum so hier haben wir mehrere probleme erst mal haben wir jetzt hier so ein u-boot was auftaucht punkt eins erkennt man es nicht man sieht gar nicht was es ist und selbst wenn man diese wellen jetzt weglassen würde und würde hier noch ganz fett drauf schreiben keine ahnung was ist hier einfach das problem es ist ein tattoo was längs geht und wir haben eine körperstelle die runter geht jetzt könnte man das natürlich kleiner machen so dann wirkt es nicht also genau ein u-boot würde einfach quer besser passen und mal angenommen wir würden es größer machen dann haben wir hier vorne so eine spitze und auf dem rückarm also hier unten hätten wir dann den turm es ist immer schwierig ein tattoo oder ein motiv was horizontal geht in die vertikale stellung zu bringen das ist wirklich schwierig also würde ich nicht machen wenn jetzt jemand neu ist beim tätowieren der sowieso hofft dass er jedes tattoo was er bekommt stechen kann solche leute machen solche motive aber damit schneidet ihr euch ins eigene fleisch das funktioniert einfach nicht es wird nicht gut aussehen es kann auch so gut gestochen sein es wird trotzdem nicht gut aussehen oh gott rika ich würde die nachricht gerne vorlesen aber ich habe schon probleme das überhaupt zu lesen ja ich kann oh oh uja plan schette mit auge oder giftfläschchen mit nebelwolke oder tarot karten mond sonne tod ja das sind alles solche sachen die ja weiß ich nicht das hilft niemanden weiter das hilft wirklich nur dir weiter und ja weiß ich nicht lass uns mal irgendwas machen was wirklich wir könnten wir können das mal irgendwie machen aber lass uns mal einfach irgendwas machen was auch wirklich keine ahnung was auch sinn ergibt was mark hobos das war ja deine idee mit dem u-boot ich hoffe du hast jetzt so ein bisschen verstanden ein u-boot an sich zu tätowieren ist schon echt nicht gut also weil es halt einfach nur eine eine röhre ist mit 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 wasser drumrum also wenn man ein u-boot macht ein u-boot ist natürlich eine coole möglichkeit aber wenn man dann ein u-boot macht dann würde ich wahrscheinlich irgendwie was ja was cooles machen irgendwie so so würde ich jetzt vielleicht machen dass man dann also welches u-boot man macht ist denn im prinzip egal aber dass man denn ein bereich davon nimmt und dass man das dann integriert oder so im grunde genommen auch blöd ja dass man ja man müsste schon eine gewisse größe haben dass es irgendwie funktioniert aber ist halt ne würde ich würde ich ablehnen würde ich nicht machen wenn denn irgendwie ja den namen des u-boots oder so und so weiter das könnte man machen aber da erkennt man erkennt es halt einfach nicht das ist ein problem und wenn man ein tattoo nicht erkennt dann sage ich einfach lieber mal nein mache ich nicht als wie irgend so ein ein motiv dann worüber man sich dann ärgert ja jetzt kommen hier so ein paar ideen rein kartenspiel geldbündel rose auf wade trash realismus grinse katze aus alice im wunderland ja die wurde auch schon etliche male im grunde solche motive da kann man sich einfach du suchst dir diese raus und nimmst sie was willst du groß ändern das ist ja das vieh hier mit diesen eine million zehner habe mit trash polka auf den arm wäre auch eine möglichkeit könnte man auch mal vielleicht machen wir auch zwei oder so oder drei mal schauen geht ja relativ fix habe ein neotraditionell tattoo bei dem ich damals sagte berge ketten ritzel fahrrad und das kürzel meines bruders ja der martin der martin martin will mir helfen film motive zum beispiel alien oder herr der ringe herr der ringe finde ich auch total cool fußballfan mit brennender bengalo ja weiß ich nicht ob man ob bengalo zum fußball dazugehört weiß ich nicht ein pin up girl ja geht immer so womit fangen wir denn jetzt am besten an so fangen wir mal mit was einfachen an wir können ja einfach ein bisschen mehr machen ich glaube nämlich dass ihr mehr erwartet als es eigentlich im grunde ist so ich scroll hier bloß mal ein bisschen den chat hoch um noch ein paar sachen hier zu finden ich kann mir ja sachen immer nicht so lange merken ja hawaii landschaft mit surfboard ist natürlich auch mega ich möchte in zwei jahren möchte ich urlaub auf hawaii machen engelsflügel außenseite unterarm tja kevin das mit den flügeln auf den unterarm hype habe ich tatsächlich auch schon gemacht ich habe schon öfter flügel gemacht aktuell bin ich noch bei einem tatu bei das geht von vom rücken vom schulterblatt geht es dann den arm runter ich schau mal so mal angenommen der kunde kommt jetzt und will so sein tattoo haben er sagt jetzt zum beispiel hier fußballfan mit brennender bengalo in den meisten fällen kann ich damit überhaupt gar nichts anfangen ich also ich weiß schon was ein fußball ist und ich weiß auch was ein bengalo ist dann überlege ich natürlich erst mal man kann ja nicht alles wissen man weiß zum beispiel nicht wie alles aussieht ist einfach sogar unmöglich also wenn der kunde jetzt hier kommt und er sagte er möchte gerne ein fußball fan haben mit einem bengalo das erste was ich dann tue ist ich gehe ins internet und schaue mir das erst mal an hier und gebe das so ein wie ich das jetzt hier mal so sehe und dann schaue ich mir erst mal bilder an damit ich überhaupt erst mal sehen wie läuft das ab jetzt sehe ich natürlich schon eine sache die finde ich ganz cool das ist das hier das sieht schon mal ganz cool aus jetzt muss man natürlich überlegen ob man das als tattoo auch umgesetzt bekommt so dann würde ich vielleicht fragen also das würde ich mir hier auf jeden fall schon mal abspeichern weil ich das ganz gut finde dann würde ich mir das hier abspeichern bin ich auch ganz gut dann würde ich nach einem stadion schauen weil ich im hinterkorb also bei mir ist es so wenn mir jemand sagt jetzt zum beispiel fußball fußball fan ich bin kein fußball fan ich mich interessiert fußball null und bengalo noch weniger und ich bekomme jedes tattoo umgesetzt damit habe ich überhaupt gar kein problem ich bekomme auch manga tätowiert also ich muss nicht ich muss nicht manga mögen um irgendwas tätowieren können zu können oder fußball das ist im prinzip das handwerkliche aber natürlich ist es klar dass wenn man spezielle sachen hat kann man dann ist es natürlich einfacher wenn man sich mit der sache identifiziert wie zb mit maori dass man nicht jetzt blindlings einfach alles macht worauf man lust hat bei maori sollte man schon wissen was man tut oder chinesische zeichen und zum kram so also würde ich mir jetzt mal so eine weile rumschauen und würde gucken was kann man da machen so ich hätte gerne ein stadion noch dazu denke ich mir so würde mir glaube ich ganz gut gefallen jetzt würde ich den kunden fragen für welchen fußballverein welcher fußballverein ihm dazu sagt jetzt könnte man natürlich überlegen wenn man jetzt hört bengalo und fußball da ist ja keine ahnung hier hansa rostock nicht weit entfernt denke ich also könnte man jetzt zum beispiel das hier wäre ja auch noch mal so eine idee so jetzt würde ich mir dann durch dann anfangen keine ahnung erst mal ich mir so ein stückchen stadion rausnehmen es geht ja in den meisten fällen geht es ja wirklich darum den arm zuzubekommen so diesen bereich würde ich jetzt wahrscheinlich nehmen so 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 Guten Abend, Mike. Oh, weiß ich nicht, ob man das nehmen könnte. Weiß ich noch nicht. Ist natürlich auch immer schwierig, wenn man dazu nun überhaupt gar keinen Bezug hat. Und auch als Tattoo Qualm zu machen, ist wirklich schwer. Also man kann nicht einfach Qualm nehmen und wenn man das jetzt hier so als Motiv macht, mein Licht hier drüber, das blendet mir jetzt ein bisschen. Deswegen kann ich hier echt ein bisschen schlecht sehen. Und dann kann ich hier auch mal sehen. Und dann kann ich hier auch mal sehen. Ja, jetzt kommen wir schon irgendwie der Sache näher. Guten Abend, Sascha. Ja, irgendwie kommen wir so, so in etwa würde ich das wahrscheinlich machen. Ich würde ihn wahrscheinlich sogar noch einen Ticken größer machen. Weil das da irgendwie das Gesicht, das Gesicht kann man da auch noch verändern. Wichtig ist, dass man sich nicht in diesem ganzen kleinen Scheiß verliert hier. Das ist wichtig. Weil man es ja auch umgesetzt bekommen muss. Ja, irgendwie. So zum Beispiel. Dann kann man ja zur Not. Weiß nicht, ob man noch ein Bengalfeuer dazusetzen sollte. Nee, wahrscheinlich nicht. Und jetzt würde ich wahrscheinlich noch schauen. Mal angenommen, wir nehmen jetzt hier mal einfach Hansa Rostock. Hansa. Hier kommt ja immer so ein. Diese Koggle, die kommt immer gut. Das nehmen wir mal zu sein. Jetzt muss ich mir das natürlich hier alles alleine ausdenken. Was ja im Normalfall hast du ja den Kunden bei, der dir nochmal erzählt, was er überhaupt haben will. So, dann das Hansa-Logo kann da auch mit rein. Ja, jetzt müsste man da noch überlegen. Also ich würde auf keinen Fall zu viel Wolken hier mit reinnehmen. Also hier diesen Nebel und so ein Kram. Das würde ich schauen, dass es nicht ganz so viel wird. Und das Problem bei so einem Stadion ist ja auch noch, ihr habt ja hier diese ganzen kleinen Sachen. Damit spielt ihr euch zu Tode. Ja, Black Spirit, der Hintergrund ist der Rauch. Ja, also warum nicht andersherum, dass das Stadion wie ein Doppel-Explosion im Clown wieder belichtet ist. Keine Ahnung, ich verstehe nicht, was du damit meinst. Ja, also im Normalfall sitzt der Kunde hier direkt neben dir. Und der sagt dir natürlich dann auch in Zusammenarbeit, das ist ja zum Beispiel auch dieses Problem, wenn man Vorlagen vorher fertig macht. Wenn der Kunde noch gar nicht dabei ist. Jetzt sitzt man hier, macht sich diese Vorlage fertig und anschließend schickt man die den Kunden rüber. Und dann sagt er, nee, ich mag Hansa gar nicht. Versteht ihr? Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, da überhaupt was zu finden. So, und mal angenommen jetzt, ich mache das mal jetzt auf der Wade, da hat man dann natürlich ein bisschen mehr Platz. Und da wäre es dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfacher. So, jetzt ist ja hier das Problem, dass die Wade unten ein bisschen schlanker ist. Dann würde ich das sogar noch ein bisschen verformen. Dass ich das alles so ein bisschen kleiner bekomme. Dann ist ja unten schmaler und oben ein bisschen breiter. Ja, ich würde gucken, dass ich das hier irgendwie reinbekomme. Also die gesamte Ecke. Weil die Ecke, die erinnert ja immer noch am meisten nach Fußball. Auf jeden Fall oben auch nochmal das Stadion aufnehmen. Das würde ich nochmal machen. Ist natürlich echt ein blödes Motiv jetzt hier. So, in etwa vielleicht, keine Ahnung. Ja genau, also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, was man jetzt machen kann. Jetzt könnten wir uns hier hinsetzen und könnten philosophieren. Dadurch, dass wir, jetzt habe ich ja nicht nur ein Kunden. Jetzt habe ich hier ganz viele Kunden. Und Sascha fragt, welches Programm das ist. Das ist Procreate, funktioniert aber nur unter Apple. Und die Software heißt Procreate. Kostet, glaube ich, auch ein bisschen Geld. Genau, das ist ein Zeichenprogramm. Gibt es unter Windows. Könnte man Photoshop nehmen. Im Prinzip alles dasselbe. Das wäre ja zum Beispiel, wie ich meine Vorlagen aufbauen würde. Wenn man jetzt zum Beispiel, so wie ihr, hier komplett andere Ideen habt. Moment, Moment. Ja, Martin. Martin findet meine Stimme total beruhigend und sitzt jetzt und macht nebenbei noch Vorlagen. Du musst jetzt nur aufpassen, dass du nicht dabei einschläfst, mein Freund. So. Also, im Grunde genommen nutze ich das gesamte Internet, Pinterest und so weiter. Das nutze ich komplett aus für solche Sachen. Ich setze mich nicht hin. Ist ja das Problem jetzt zum Beispiel. Der Kunde sagt, er möchte einen Fußballer haben mit einem Bengalo-Feuer und möchte, keine Ahnung, noch irgendeinen Fußball. Grundlegend braucht man einfach viel mehr Information. Sich hier hinsetzen und jetzt irgendein Stadion zeichnen und einen Fußballer dazu und, keine Ahnung, irgendwelche Bengalo-Feuer. Glaubt es mir, das bekommt bestimmt von einer Million Menschen, bekommt das vielleicht einer hin. Weil es einfach, viele Sachen sind einfach überhaupt gar nicht machbar, ohne dass man sie, dass man sie jemals gesehen hat. Oder, dass man sich das überhaupt so vorstellen kann. Wie man das so macht. Man könnte jetzt zum Beispiel, könnte man natürlich auch schauen, andere Tattoos. Man schaut sich andere Tattoos an. Wie machen andere Tattoos, Tätowierer das, ne? Man soll nicht dieses abgucken, aber man könnte sich da eine Inspiration holen, sagen wir mal, wie andere Leute so ein Tattoo umgesetzt haben. Und dann könnte man da draus nochmal sein eigenes nehmen. Und natürlich könnte man auch jetzt zum Beispiel, man schaut sich hier diese Fußballbilder an, wie irgendjemand übers Spielfeld rennt. Ich glaube, da gibt es auch einen Namen für. Hallo Mario. Hier diese Nacktläufer da übers Spielfeld. So einen Typen könnte man sich jetzt zum Beispiel noch nehmen. Dem drückt man ein Bengalo-Feuer in die Hand und lässt ihn über das Stadion rennen. Kann man auch machen. Aber, wenn ihr, ich zeige euch das mal kurz. So, wir nehmen jetzt nochmal ein Stadion. So, jetzt haben wir hier ein Stadion. Und jetzt lassen wir hier noch einen Menschen langlaufen. Und wir haben das Stadion in dieser Größe. Erstmal haben wir wieder, genau, Flitzer. Erstmal haben wir jetzt wieder dieses Problem, dass das ist ein Längsbild ist, was wir hochkant brauchen. Ich würde, ich habe es am Anfang auch gemacht und ich erspare euch, macht nicht dieselben Fehler. Nehmt lieber ein ein Ausschnitt, so, dass man erkennt, was es ist. Zum Beispiel, ihr schaut euch ein Bild an und was macht dieses Bild zu diesem Bild? Weil ihr euch mit diesen ganzen kleinen Köpfen hier, die im Stadion sitzen, da spielt ihr euch zu Tode dran. Dann kommt noch hinzu, was macht denn ihr in diesem Bereich Rasen zeichnen? Man kann kein Rasen tätowieren. Wie soll das funktionieren? Sich hier hinsetzen und jeden einzelnen verfluchten Grashalm machen? Das funktioniert nicht. Und selbst wenn ihr euch da hinsetzt und ihr macht drei Monate lang eure Rasenfläche da und nach einem Jahr ist davon nichts mehr zu erkennen, weil die Haut sich bewegt. Also achtet da drauf. Im Grunde genommen, wenn man jetzt hier dieses Stadion hat, dann hat man hier in dem Bereich hat man wirklich nur ein paar kleine Grasnarben. Man könnte es machen. Man schattiert diesen Bereich hier so ein bisschen. Sind ja vom Rasenmäher immer hier diese komischen Linien. Das könnte man machen. Dann macht man hier so ein paar kleine Stoppeln und den Rest würde man ausschattieren. Kein Problem. Dann haben wir diesen Bereich hier. Wir haben die Köpfe, die Köpfe und die Köpfe. Wollt ihr euch da jetzt hinsetzen und Kopf, 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 Kopf? Totaler Quatsch. Würde ich auf keinen Fall machen. Nicht mehr. Ich habe diese Fehler auch gemacht. Also sucht man sich einfach bei so einem Stadion Punkte, die wo man erkennt, dass es ein Stadion ist. hier dann halt keine Ahnung noch hier diese was man vielleicht noch machen könnte wäre zum Beispiel man setzt hier diese komische Eckfahne oder keine Ahnung wie die heißt. Dann könnte man vielleicht hier noch einen Ball hinsetzen oder irgendwas was was das widerspiegelt. Aber nicht eine große Fläche wo nur schattiert werden muss oder so. Das würde ich nicht machen. War jetzt natürlich eine blöde blöde Idee. Aber eigentlich was ich euch eigentlich zeigen wollte so wir haben hier Pinterest also ich denke ja etliche Tätowierer die suchen sich ihren Kram bei Pinterest raus. Ich habe zum Beispiel letzte Woche habe ich eine Schildkröte gemacht. Die habe ich mir hier bei Pinterest rausgesucht. Ich weiß nicht mehr welche es war. Keine Ahnung. ich glaube die und dann noch eine andere dazu. So kann man das zum Beispiel machen. Wenn ich jetzt wenn wir jetzt ein was hatten wir noch zum Beispiel hier dieses mit diesem Wikinger Kompass wir müssen jetzt mal eine vernünftige Vorlage machen so keine Ahnung wir wollen jetzt hier diesen Wikinger Kompass oder sowas dann würde ich hier bei Pinterest reingehen und würde mal schauen wie sieht so ein Wikinger Kompass aus und so machen das wirklich sehr sehr viele Leute so in der Art ich stehe eher so drauf auf dieses völlig durcheinander als wie so diese etlichen geraden Linien ich schaue dann jetzt erstmal hier so einfach nur so durch was mir optisch gefällt und die lade ich mir dann erstmal runter und ich bastel mir aus diesen ganzen Sachen eigentlich nur mein eigenes raus wenn sich jetzt wenn sich jetzt natürlich jemand sagt ja das muss alles selber gezeichnet sein und keine Ahnung was wenn jemand dieser Meinung ist dann ist das überhaupt gar kein Problem dann soll er mir seine E-Mail Adresse geben ich werde ihm ein paar Motive zeigen oder Motive sagen die ich gerne hätte und dann soll er loslegen weil es einfach gar nicht machbar ist naja der Kompass der gefällt mir schon ganz cool suchen wir uns jetzt mal hier noch ein paar Raben raus vielleicht ein Rabe im Flug das sieht gut aus hier so dann würde ich mir hier noch so einen Raben raussuchen hier die Yuki hat noch geschrieben Thor Hammer können wir auch mal gucken im Grunde genommen suche ich mir eigentlich nur Motive raus und entscheide anschließend was ich davon nutze und was ich nicht nutze ja das ist hier so Thor Hammer der ist so ein bisschen doll das finde ich hier auch ganz cool also ich stelle mir so bildlich stelle ich mir schon dieses Motiv vor und und arbeite das dann im Prinzip im Kopf ab so jetzt haben wir hier den Kompass davon möchte ich aber nur den oberen Bereich haben so auch das ist das ist das ist das naja weiß ich noch nicht ob ich den rabe behalte das nehmen wir mal auf der warte schauen wir uns da mal an das nehmen wir mal auf der warte schauen wir mal auf der warte schauen wir mal auf der warte das nehmen wir mal auf der warte schauen wir mal auf der warte schauen wir mal auf der warte so in etwa das passt da hier ganz gut rein so 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 das das Problem das Problem was dann ist ihr habt meistens diese Details sind nicht da aber die könnt ihr zum Beispiel mit Kurven nochmal nachbearbeiten ihr könnt hier ein bisschen heller gehen damit die Details rauskommen und hier noch ein bisschen mit Kontrast rein das macht sich dann einfacher so dann nehme ich meistens das Bein nochmal raus jetzt ist das hier natürlich alles so ein bisschen Kauderwelsch alles so ein bisschen durcheinander und wenn jetzt zum Beispiel der Kunde sagt ja so finde ich das cool so finde ich das gut wenn der Kunde das sagt dann würde ich anfangen und würde erstmal alles zusammenfügen und das auch so jetzt haben wir im Grunde genommen erstmal ein komplettes Bild man kann ja dann immer noch weitermachen aber wenn ihr jetzt zum Beispiel das so habt so ihr habt jetzt die Möglichkeit ihr könnt es verformen dass ihr das anpasst dass der Kompass zum Beispiel dass der wieder rund ist ihr habt hier unten noch ein erweitertes Gitter ganz unten links jetzt habt ihr könnt ihr nur alle vier Ecken anpassen wenn ihr das erweiterte Gitter anfasst dann könnt ihr habt ihr wirklich bei jedem Schnittpunkt was zum Anfassen so jetzt könnte man das hier nochmal schön in rund ziehen wie man das will so jetzt ist der Bereich hier unten mit dem Hammer der ist natürlich jetzt alles ein bisschen unsauber wir machen jetzt einfach mal mit diesen weiter jetzt sagt der Kunde mal angenommen der Kunde würde jetzt sagen ja so ist es gut so will ich es gerne haben jetzt würde ich mir als nächstes eine also wir gucken uns das nochmal auf dem bein an dass wir das alles so passig hinbekommen so hier geht noch eine pusteblume passt natürlich perfekt tors hammer und eine pusteblume läuft immer ist wunderbar so jetzt können wir schauen dass wir das stencil davon machen so ich drucke wirklich jedes aus ich mache keine stencil mehr von hand zumindest nicht auf dem papier so was mache ich als nächstes als nächstes lege ich mir eine ebene oben drüber jetzt gehe ich auf mein hauptmotiv und setze die deckkraft runter jetzt nehme ich mir dann mein stift in schwarz und ich nehme zum beispiel hier unten airbrush mittelstark deckend oder was auch immer das kann man gut machen und ich gehe mit dem mit der größe auf zwei also hier links auf zwei so und jetzt fangen wir an im grunde genommen das stencil zu zeichnen so mache ich das erstmal habe ich dann schon mal einmal das ganze Motiv schon mal einmal vorab gezeichnet und ich muss das auch alles nicht so exakt genau haben beim stencil weil ich das beim tätowieren sowieso nochmal anders mache ich will euch jetzt bloß mal zeigen wie ich das so mache und so funktioniert das dann natürlich auch mit dem ausdrucken viel besser weil wenn ihr wenn ihr mit dem ecotank oder was auch immer ihr druckt den Bereich der flügel aus das könnt ihr völlig vergessen ihr zum Beispiel ich nehme nochmal eine andere Farbe so ihr habt jetzt zum Beispiel euren ecotank und ihr druckt aus ihr ärgert euch warum das nicht hält es kann nicht halten wenn ihr Problem ist wir haben hier in dem Bereich haben wir dunkles schwarz das wird man auch auf dem stencil sehen aber ihr habt in dem Bereich hier habt ihr ultra dünn dünnes grau oder dünne blaue Farbe auf dem Papier da ist ja nur ein Hauch von drauf dann haut ihr das als stencil rauf ihr wischt einmal rüber das ist weg das funktioniert halt einfach gar nicht so jetzt zeichne ich zum Beispiel hier mein stencil einfach so nach so dass ich hier meine Außenlinien habe ich natürlich viele Sachen die verändere ich noch aber die verändere ich direkt beim tätowieren zum Beispiel hier diesen ganzen inneren Kram hier das mache ich lieber einfacher weil es bringt überhaupt nichts wenn ihr tausende und abertausende Details hier einbaut die nach einer Weile sowieso nicht mehr zu sehen sind oder man es einfach überhaupt gar nicht mehr erkennt so so und wenn ich schnell zeige ich euch noch eben wie ich hier die flügel mache vielleicht doch ein tiefer gehen so jetzt jetzt kann ich die untere wegnehmen und hätte hier im Prinzip nachher mein Stencil und so würde ich es ausdrucken natürlich horizontal gespiegelt weil wir drucken ja auf der normalen Seite die wir dann auf die Haut packen also müssen wir wenn das Stencil fertig gezeichnet ist nochmal horizontal spiegeln und so drücke ich es aus dann wenn ich wenn ich jetzt dieses Stencil hier so fertig habe und ich habe es ausgedruckt dann schaue also ich schaue eigentlich überhaupt nicht nach was für Farben ich benutze ich habe immer dieselbe Farbmischung ich würde jetzt hier zum Beispiel um es mal auf die Moment ich nehme das mal raus so ich habe hier meine 14er 14er Töpfe so ein mit 100% ein mit dem mache ich dreiviertel voll mit Farbe ein mit 50% jetzt schaue ich nach ist derjenige hat der sehr dunkle Haut dann muss ich natürlich mit der Mischung höher gehen wenn jemand hier Sonnenbaden Typ ist und der ist total braun da braucht der nicht anfangen mit zwei Tropfen schwarzen den Rest Wasser das funktioniert nicht also wir nehmen mal einen Mitteleuropäer einen völlig normalen Menschen dann würde ich jetzt gehen auf ja keine Ahnung ich sag mal 12 Tropfen dann 8 Tropfen und 4 Tropfen und den Rest fülle ich mit Wasser nach Martin ich wünsche dir was ich schaue mir gleich noch hier den Chat an und werde noch ein paar Fragen beantworten so also was machen wir wenn ich jetzt normales schwarz habe hier zum Beispiel das das Eclipse das kann ich nutzen zum Linien ziehen und auch zum füllen dann würde ich ich fange immer meine Tattoos von unten an und arbeite sie hoch also wir haben jetzt hier diese Risse hier alle diese gesamten Risse hier würde ich anfangen mit einer neuner round shader neuner round shader nadeldicke 030 ich habe fast alles in 030 so also fange ich an hier mir diese ganzen kleinen sachen zu ziehen aber nicht hier Linie und so und so würde ich nicht machen ich würde wirklich hier zack einfach nur immer so ein bisschen hier ein bisschen da und so weiter alles so immer ein bisschen hin und her bei Realistik vermeide ich es immer irgendwie eine Linie durchzuziehen weil die sieht man nachher sieht nicht gut aus also würde ich hier so ein bisschen rum schattieren und das würde ich auch direkt in 100% schwarz machen ich würde es auch nicht genauso machen wie es hier ist ich würde zum Beispiel wir haben ja hier diesen Bereich hier dann gehe hier nochmal raus und gehe hier lang und hier ja das macht sie mit Tattoo Maschine echt einfacher so und mache mir dann meine eigenen Zacken so verändere ich schon mal ein paar Sachen das würde ich alles komplett den unteren Bereich mit einer neuen round Shader machen so dann kommen wir zum nächsten jetzt suche ich mir hier in dem Hammer zum Beispiel die dunkelsten Stellen aus also sagen wir mal wir gehen in dem Bereich hier so und den Bereich nehme ich gleich mit dazu hier würde ich jetzt zum Beispiel muss man schauen wie groß ist das Motiv wenn das Motiv sagen wir mal so groß ist hier würde ich jetzt zum Beispiel mit einer 13er Softage Magnum reingehen in diesen Bereich hier eine 13er Softage Magnum und würde mit dem Dreiviertelfarbton anfangen und hier mit dem 100er Farbton ich hätte mal eine andere Farbe nehmen sollen so hier mit einer 13er Softage Magnum und würde direkt anfangen hier das so raus zu schattieren der Hammer an sich ist nicht schön es ist irgendwie ein hässlicher Hammer aber das fällt mir jetzt erst so auf und so würde ich das dann erstmal in schwarz machen aber nicht den kompletten Bereich sondern ich würde mit dem schwarz nur ja so bis zu diesem Bereich bleiben hier und hier mit tief schwarz raus dass ihr genau diese Kante dass die sich wirklich absetzt weil da ist so eine Bruchkante da wird es halt dunkler und das würde ich schwarz machen dann würde ich mit dem dunklen schwarz mit den 100% schwarz würde ich direkt diesen Bereich mit raus schattieren hier ich würde hier diesen ganzen Bereich dann schwarz machen schattiere hier das schwarz mit hoch gehe hier rüber schattiere hier rein und gehe ganz leicht hier mit rein dass ihr wirklich viel Kontrast hinbekommt ist wirklich schwer zu erklären hier genau so würde ich das dann machen ich würde hier nirgends eine Linie benutzen dann zum Beispiel ich würde den gesamten Hammer mit einer 9er Round Shader machen und einer 13er Soft Age Magnum oder 15er keine Ahnung was man gerade so rumliegen hat jetzt geht das schon wieder los hier so jetzt sehen wir natürlich hier diesen Hammer Bereich hier der ist natürlich überhaupt nicht ausgeprägt und wie sollte man das dann überhaupt schattieren damit das irgendwie halbwegs vernünftig aussieht da muss man sich halt selber ein bisschen was ausdenken und zwar das einfach so zu tätowieren würde völlig in Hose gehen weil es einfach nicht gut aussehen würde also fangen wir an wir haben hier eine Kante habe ich nochmal eine neue ja wir haben hier eine Kante also würde ich diese Kante nochmal neu machen die würde ich direkt so beim Stencil eigentlich schon machen so dass wir hier eine vernünftige Kante haben so und jetzt könnt ihr im Grunde genommen müsst ihr mal schauen wie das Licht kommt ich würde wahrscheinlich hier diesen Bereich hier ein bisschen dunkel machen nach vorne hin wieder ein bisschen heller werden so und dann würde ich wahrscheinlich hier diesen Bereich auch ein bisschen raus schattieren und die eine Stelle einfach so ein bisschen hell lassen ja so dass ihr den Hammer besser hin bekommt und so arbeite ich mich komplett durch der Hammer ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger weil hier so ein Haufen Kram da drin ist das würde ich absolut minimal halten zum Beispiel diesen Bereich hier drin da braucht ihr euch nicht kaputt spielen da könnt ihr wirklich mit einer ich würde hier diesen Bereich so ein bisschen hier rund das würde ich mitnehmen und dann würde ich irgendwie schauen dass ich das irgendwie mit einem anderen Motiv hinbekomme so und dann kann man hier noch ein bisschen mit round Schäder rein und dann wieder mit weiß im Endeffekt ist es völlig egal ihr braucht da auch nichts reinschreiben oder so das hält sowieso nicht lange so bei den Flügeln genau dasselbe ich würde hier unten bei den Flügeln anfangen und zwar genau hier in dieser Ecke hier würde ich anfangen und ich würde eine eine 9er Softage Mecknen nehmen oder vielleicht sogar eine 13er muss ich sehen wie groß es wird und würde die Softage Mecknen wie mache ich das jetzt so ich versuche es euch zu erklären so wir haben ja jetzt hier diesen Bereich und hier will ich jetzt anfangen zu schattieren wir wissen wir wissen dass wir hier noch ein 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 ja siehe dieses Flügel eine Feder haben wir haben diesen Bereich und wir haben diesen Bereich der soll aber hell bleiben und wir haben hier eine härtere Kante so jetzt könnte man hingehen und könnte sich eine Liner Nadel nehmen und zieht sich hier Linien das könnte man tun dann wird es scheiße aussehen so und jetzt versucht man irgendwie das hier auszuschattieren völlig völliger Quatsch es wird nicht gut aussehen also was könnte man machen jetzt geht's los wir haben eine wir haben eine Soft Age Magnum und zwar sieht die sieht die ja so aus und von der Seite sieht sieht sie so aus jetzt gehe ich genau in diese Ecke hier von hier schattiere ich raus ich versuche sie zu erwischen und schattiere hier raus ich halte die Soft Age ich halte die Soft Age Magnum ein bisschen schräg ich halte die Soft Age Magnum ein wenig schräg wie zeige ich das jetzt ich muss mal kurz so wir haben jetzt hier die Soft Age Magnum ich nehme die obere Kante der Soft Age Magnum und gehe hier in diese Ecke rein und dann schattiere ich sie raus also ich setze die Spitze im Prinzip an und schattiere es so raus ich versuche ich mache diese Woche auf jeden Fall noch ein Video und werde euch da auch mitnehmen ich werde auch mal versuchen dass ich es live machen kann weil ich ja jetzt noch Urlaub habe und dann versuche ich euch das irgendwie so zu zeigen es ist immer schwierig und dann würde ich halt mit dieser 13er Soft Edge Magnum schön hier an der Kante rangehen und rausschattieren es muss nicht ganz gerade sein und nach außen hin umso weiter ich raus komme ihr seht ja hier der Bereich der ist ja viel heller jetzt gehe ich natürlich und schattiere einfach schon weiter raus und so schattiere ich lang dann nehme ich mir die nächste und schattiere hier raus das könnt ihr mit der dreiviertel Farbmischung machen es ist ja relativ dunkel so jetzt habt ihr diese dreiviertel Farbmischung jetzt könnt ihr zum Beispiel mit einer neuner round shader und mit der hunderter Farbmischung könnt ihr diese Kanten hier nehmen und könnt diese ein bisschen rausschattieren es wird ja dann ein bisschen dünner das ist hier 100% und hier geht ihr auch nochmal aber nur so ein bisschen bis hier unten geht ihr mit der 100er Farbmischung rein und das macht ihr im Prinzip an jeder dunklen Stelle und wenn ihr dann die beiden Farbmischung weg habt also die die 100er und die 75er Farbmischung die habt ihr jetzt hier drinnen blau ist die 100er und rot ist jetzt die 75er Farbmischung wenn ihr das jetzt so fein sauber rausschattiert habt dann könnt ihr nochmal mit der 50er Mischung oder vielleicht auch bloß mit der 12 Tropfen schattiert ihr hier hauch dünn einfach nochmal drüber über diesen Bereich hier und schattiert es raus dadurch vermischt sich das und ihr bekommt eine vernünftige Schattierung hin das klingt jetzt alles total aufwendig total schwierig und total langsam ist es aber nicht es funktioniert wunderbar damit umgeht ihr diese ganzen dicken Outlines und so weiter und ihr braucht auch nicht alles hier komplett auszuschattieren wenn ihr das alles ausschattiert ist das eine heiden Arbeit und völlig unnötig weil man es sowieso nicht erkennt und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier diesen Bereich hier wirklich jeden einzelne Feder hier alles einzeln separat macht dann habt ihr da gesessen habt euch drei Stunden eures Lebens um die Ohren geschlagen und der Kunde kommt nach einem Jahr mal vorbei dann ist sowieso alles nur noch brei also versucht mit wenig Farben auszukommen und deswegen denke ich hier mit diesen maximal sechs Graustufen seid ihr völlig bedient weil durch die Jahre verschmiert das immer mehr untereinander und dann wird sowieso nicht sehr gut so ich lese mir jetzt gleich nochmal die wir können von mir aus können wir gleich nochmal eine Vorlage machen oder wir suchen uns einfach ein paar Bilder raus und ich zeige euch wie wie man wie ich da rangehen würde mit welchen Farbmischungen oder mit den Lines obwohl wir können hier oben noch den Kompass kann ich euch auch gleich noch erklären welche Farben ich da nehmen würde und welche Nadeln das machen wir auch gleich noch und dann können wir von mir aus auch noch irgendwas anders machen ich bin mal ganz kurz auf Toilette und wir sehen uns gleich wieder so meine Lieben da bin ich wieder ich schau mal jetzt kurz so ein paar Fragen durch und die werde ich noch beantworten und dann können wir von mir aus noch ein Motiv machen so ich habe jetzt die ganze Zeit hier schwer geschindert Andreas Pani fragt ob ich nochmal zeigen kann wie ich ein Stencil aus Procreate ziehe ohne es zu zeichnen ja das ist das Problem wenn wir jetzt hier zum Beispiel dieses Motiv haben würde ich natürlich diesen Kompass den würde ich mir nicht nochmal nachzeichnen das wäre ja Blödsinn wenn wir jetzt zum Beispiel ich nehme das mal raus ich habe ja irgendwie ich war diesmal ein bisschen schlauer und habe das so gemacht so wir haben jetzt das Problem dass wir alles zusammen haben jetzt habe ich zum Beispiel macht es wirklich tut euch selber den gefallen und zeichnet euch das stencil selber nach hier diesen hammer und diesen vogel den kriegt ihr nicht vernünftig ausgedruckt dass er dann auch hält jetzt könnte man natürlich sagen naja dann kann ich ja gleich meinen stencil mit der hand machen aber es bei schriften zum Beispiel oder bei pattern oder was auch immer dann ist das wirklich mit dem ausdrucken einfacher so und jetzt mal angenommen ich habe mir diesen ganzen bereich hier nachgezeichnet dann mache ich es jetzt ganz einfach ich nehme mir meine ebene und gehe auf das auswahl werkzeug auf freihand und nehme mir diesen kompass bereich kopieren und einfügen jetzt kann ich das hier raus nehmen habe meinen kompass extra und hier drunter in diesem bereich ist er dann mein gemaltes stencil und dann kann ich den kompass im prinzip so wie er ist ausdrucken ihr könnt immer noch jede ebene raussuchen und selber machen aber ich mache ja zum Beispiel auch ja wenn man jetzt hier zum Beispiel sowas hat man sitzt einfach Ewigkeiten dran dadurch damit ein das stencil von hand zu zeichnen also nehme ich den Drucker und druck es aus hier der obere Bereich der ist mir persönlich ein bisschen zu dunkel für meinen Drucker wir müssen alle ein bisschen sparen also markiere ich mir den so dann gehe ich auf Kurven und ziehe es einfach komplett runter so dass ich noch ein bisschen was sehen kann und dann ist es gut so und so würde ich es mir ausdrucken ich habe alle Abgrenzungen die ich brauche und würde mir den Rest jetzt so ausdrucken gut Tobias allein für das Procreate würde ich bestimmt drei Jahre brauchen bis ich halbwegs da durchblicke nein ich habe vorher Photoshop genutzt ganz viele viele Jahre und habe ein Wacom gehabt Companion 2 das ist im Prinzip ein Tablet Computer für Windows könnt ihr mal schauen ob ihr den irgendwie gebraucht bekommt jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute dann schaut ihr ob ihr den irgendwie gebraucht bekommt der ist nicht wirklich teuer und ist wirklich ein super Gerät der Apple Stift hier der kann sich hinter diesen Wacom Pen absolut verstecken das könnte man nehmen und dann nimmt man Photoshop dazu und kann genau dasselbe machen und hier Procreate ist wirklich ganz simpel ihr habt ja nicht wirklich viel da wenn man ich sag mal wenn man jetzt mal einen Nachmittag sitzt und es gibt ja etliche Videos auch von anderen Leuten die mit Procreate arbeiten ich denke einen halben Nachmittag mal gesessen sich das alles angeguckt und nächsten Tag kann man damit seine Vorlagen machen also es wirklich sehr sehr einfach tja Martin haben verabschiedet Andreas Pani fragt nochmal du hattest doch glaube ich mal so eine automatische Lösung für Stencil mit so einem Effekt da weiß ich jetzt leider nicht was du meinst Yuki reichen da nur die drei Farben also ich weiß nicht ob du jetzt das Motiv hier meint ist da reichen nicht nur drei Farben hier bei dem Motiv würde ich komplett alle alle sechs Farbabstufungen nutzen man macht im Grunde genommen also hier diesen diesen Kompass Bereich den würde ich komplett mit den würde ich hier komplett mit dem 100er schwarz machen also mit dem voll schwarz und zwar würde ich das hier wie folgt tun ich würde hier diesen gesamten Außenbereich alles hier würde ich mit einer 9er oder einer 13er Soft Age machen weil es spielt überhaupt keine Rolle ob der Strich jetzt hier ein bisschen länger ist ob er ein bisschen kürzer ist oder ob hier noch einer dran ist völlig egal ihr nehmt die 13er oder 9er Soft Age Magnum und malt es direkt gleich fertig den Bereich könnt ihr auch machen und dadurch dass ihr nicht vorher erst Linien gezogen habt oder so sieht es gut aus ich würde wahrscheinlich sogar ich würde wahrscheinlich sogar das komplette den kompletten Kompass mit einer 13er oder 9er Soft Age Magnum machen und mit diesen 100er 100er Farbmischung so und hier unten also wie ich kann erklären wie ich generell rangehe also wenn ich mir ein Motiv aussuche ich nehme naja es ist schwierig zu sagen ich habe am Anfang ich sage ja immer man soll im dunkelsten Bereich anfangen mit dem hellsten Farbton das würde also wenn man sich sehr unsicher ist wenn man sich wirklich sehr unsicher ist was man tut oder wenn man nicht weiß ob man es wirklich hinbekommt dann könnte man jetzt zum Beispiel hier ich mache jetzt mal den Bereich hier ein bisschen heller so ich nehme mal das hier und ich nehme mal schwach deckend so wir haben jetzt hier unsere 13er Soft Age Magnum und wir wollen jetzt hier diesen Bereich machen also gehe ich mit meiner Spitzen Kante und wir nehmen zum Beispiel die Farbmischung mit zwölf Tropfen schwarz und den Rest Wasser und wir gehen jetzt hier rein groß ich gehe jetzt hier rein und schattiere das hier raus mit diese zwölf Tropfen das ist eine sehr helle Farbmischung so das schattiere ich jetzt hier so raus und nein ich muss nochmal machen ich will es euch ja richtig zeigen so um euch das zu zeigen nehme ich jetzt hier einfach mal eine ganz helle Farbmischung so wir gehen jetzt hier dann rein mit der hellen Farbmischung und schattieren uns das hier raus mit den zwölf Tropfen so und wir gehen hier auch noch runter dann nehmen wir den nächsten gehen auch mit zwölf Tropfen rein und jetzt spielt es überhaupt gar keine Rolle ob ihr irgendwie mal neben der Linie trifft oder so das ist völlig egal weil es wirklich sehr helle Farben sind am Anfang sieht es natürlich dunkel aus ist es aber nicht so jetzt haben wir ich muss das hier immer so ein bisschen verwischen weil ich ja hier keine magnum habe so jetzt haben wir das hier zum Beispiel raus schattiert uns ist das natürlich alles viel zu hell aber wir haben angefangen im dunkelsten Bereich so jetzt haben wir diese drei Innenfedern fertig so jetzt würde ich dann nochmal diese zwölf Tropfen nehmen und würde hier unten anfangen in diesem Bereich oder da würde ich wahrscheinlich sogar mit den sechs Tropfen nehmen so und ja hier haben wir auch nochmal hier machen wir einfach eine Feder und hier den Bereich machen wir auch nochmal eine Feder so schattieren wir uns das hier raus und wir sind mit den hellsten Farbtönen unterwegs wenn man Anfänger ist wenn ihr schon fortgeschritten seid und wisst wie eure Farben aussehen dann könnt ihr natürlich direkt loslegen aber so könnt ihr ganz viele Fehler vermeiden oder euer Zeitfenster um einen Fehler auszubessern ist viel größer als wenn ihr hier direkt mit vollem Schwarz reingeht jetzt stellt euch mal vor ihr würdet zum Beispiel in diesen Bereich hier oder in diesem Bereich ihr geht mit 100% Schwarz weil auf dem Original ist es ja Schwarz und ihr geht da jetzt rein und merkt aber es ist fleckig oder ihr bekommt den Übergang von tiefen Schwarz ins Nächst Helle ihr bekommt es nicht hin weil man immer diese Farbabstufung sieht dann habt ihr keine Chance es besser zu machen weil tief Schwarz ist tief Schwarz und ihr könnt ja nicht heller drüber schattieren und hoffen dass es heller wird das funktioniert einfach nicht so und jetzt haben wir hier zum Beispiel das tief Schwarze ach Quatsch wir haben hier in dem wo die roten Teile sind da haben wir diese 12 Tropfen Schwarz und jetzt könnt ihr einfach ihr wollt diesen Bereich in Dunkel Schwarz haben und jetzt könnt ihr mit der Soft Age Magnum geht ihr hier unten nochmal rein und schattiert es in Dunkel Schwarz aus aber nur noch die Spitzen versteht ihr ich hoffe ihr versteht was ich meine so macht man es zum Beispiel beim Airbrush so macht man es zum Beispiel beim Zeichnen so macht man es überall so und jetzt könnt ihr immer weiter raus schattieren und bekommt so eure Abstufung hin von hell nach dunkel aus dem dunkelsten Bereich ins helle was für ein Wortspiel so jetzt habt ihr diesen Bereich fertig jetzt haben wir aber noch die die Farbmischung mit zum Beispiel drei Tropfen und mit sechs Tropfen oder mit vier Tropfen und mit acht Tropfen mein gesamtes Tattoo Grundgerüst lege ich mir im Prinzip mit den Farbstufen ab und zwar die 100% nutze ich in den absolut dunkel schwarzen Bereichen das was auf dem Tattoo wirklich schwarz ist das nutze ich da auch die 75% die nutze ich immer um aus den dunkel schwarzen raus zu kommen wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bereich habe der sowieso schon sehr dunkel ist wie zum Beispiel hier unter den Flügeln hier oben da in diesem Bereich da kann man gehe ich mit 75% direkt rein und schattiere es langsam raus bei einem Schattiervideo habe ich euch gezeigt wie man das so rausschattiert so könnt ihr das da auch machen oder hier dieser gesamte Bereich den könnte man auch mit 75% machen und wenn ihr das ausschattiert habt könnt ihr mit den 9er Round Shader geht ihr in die Spitzen rein dadurch bekommt ihr einen wirklich geraden Abschluss und es sieht am Ende nicht alles so verwaschen aus da geht ihr rein und schattiert es raus so diese 50% nutze ich ebenfalls dafür das ist zum Beispiel für den Bereich nachher hier unten in dem unteren Bereich also im Grunde genommen gehören diese drei Stufen gehören dazu wenn ich Anfänger bin dann Moment wir haben jetzt zum Beispiel noch die 12 die 8 und die 4 diese drei variieren bei mir manchmal nehme ich auch bloß 10 6 und 3 ist der Mensch sehr hell ist er zum Beispiel ein absoluter Kellerfreund spielt den ganzen Tag im Keller so ein Zocker oder so dann kann man die Mischung 10 6 3 nehmen ist jemand der arbeitet auf dem Bau sonnengebräunt und so weiter dann nehme ich eher diese Mischung warum erklärt sich glaube ich von selbst so auf jeden Fall gehören 100 75 und 50 die gehören zusammen wenn ich Anfänger bin dann fange ich mit 12 8 und 4 an dann gehe ich in dem Bereich hier mit den 12 rein und gehe dann nach oben dann gehe ich hier mit 75 rein und dann nachher unten in den Spitzen mit 100 weil wenn ihr jetzt zum Beispiel mit den 12 Tropfen anfangt und ihr habt euch vermalt oder verschattiert oder keine Ahnung wie man das nennt dann ist es egal weil ihr seid noch nicht an eurem Farbendpunkt ich hoffe ihr versteht was ich meine so und dann haben wir noch die Mischung 8 und 4 die nutze ich nachher zum Schluss zum Verblenden wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Bereich haben hier ich nehme mal noch eine andere Farbe zum Beispiel diesen Bereich hier da würde ich jetzt zum Beispiel nutzen diese 8 Tropfen oder vielleicht sogar bloß 4 in diesem blauen Bereich würde ich wahrscheinlich nur die 4 nehmen aber da könnt ihr wirklich die Nadel nur noch ein bisschen rausstehen lassen also eine Softage Magnum und schattiert hier einfach nochmal mit der 4 rüber dass ihr dass am Ende nur noch dieser kleine Spalt übrig bleibt weil in diesem kleinen Spalt da kommt am Ende das Weiß rein und das war es eigentlich nur die unteren drei die sind zum Verblenden da und die sind für den Kontrast da so kann man das grob sagen ja so dann gucke ich mal weiter hallo Sina es ist gar nicht schlimm dass du heute so spät bist hast glaube ich sowieso nichts verpasst aber das du kannst dir das noch ab Dienstag angucken aber ich will es halt ein bisschen zusammenschneiden diese Pausen und so weiter die brauchen ja alle da nicht mit rein also schneide ich das alles so ein bisschen zusammen und lade es dann am Dienstag hoch so jetzt muss ich mal kurz weiterschauen Tobias fragt Pierre kann man mit dem Procreate wenn man das Motiv fertig hat auch irgendwas anklicken damit man nur Outlines zu sehen sind ich komme da jedes mal durcheinander wenn das komplette Motiv angezeigt wird ja Tobias da habe ich schon ein Video von gemacht und zwar kannst du da mal bei Procreate unter meiner Videoliste gucken da ist das drin ich muss mal schauen ich nutze das selten aber ich schaue mal ob ich das jetzt hier auch hinbekomme und zwar haben wir ja jetzt hier diesen Fol so dann müssen wir duplizieren dann müssen wir nochmal duplizieren jetzt nehmen wir den unteren nein wir nehmen den oberen und gehen auf farbig abwählen das glaube ich weil ich das muss ich nochmal auf normal machen das muss auch auf normal so dann haben wir farbig abwählen und dann müssen wir umkehren und jetzt können wir mit gausche unschärfe jetzt bekommen wir die linien hin jetzt kommen sie langsam irgendwie so war das du musst mal tobias schau mal nach ich habe davon ein video gemacht ich nutze das nicht so ich habe das auch bloß irgendwo gesehen und habe es auf deutsch gebracht und habe euch das da gezeigt schau mal bitte nach in meinen videos irgendwo bei procreate tipps da ist das bei das funktioniert soki frank fragt wenn man die kleinen federn oben nicht macht was macht man dann dahin doch ich mache ja diese kleinen federn ich glaube du meinst diese hier diese federn hier meinst du glaube ich diese mache ich auch ich nehme mir zum beispiel eine neuner round shader und schattiere hier raus diese spitzen hier und hier nochmal und dann gehe ich mal hier mit rein schattiere hier wieder raus dann gehe hier mit rein ich mache aber nicht jede feder einzeln immer nur so ein bisschen andeuten das reicht völlig aus und so schattiert man die dann so ein bisschen aus und dann ist es gut dass man nicht sich wirklich jede einzelne feder da aufzeichnet so wie es da ist auch den nicht machen sieht man nachher sowieso nicht also deute einfach nur die Federn an und dann reicht das Bristan Knopper schreibt für alle die das interessiert oben steht in Ruhenschrift not all wo Wander are lost nur dass die st von lost ein wenig abgeschnitten ist wäre sicher schöner das ganze zu lassen so Bristan Brist Bristande ich bin absolut überhaupt nicht mehr überzeugt davon dass irgendwelche Ruhenschrift irgendwie übersetzt werden kann ich wollte ein separates Ruhn Video machen aber ich habe mich da eingelesen ich habe da ganz viele Menschen gesprochen und ich bin immer jemand der fragt ganz viele Sachen und irgendwann stehen die Leute dann da und können mir diese Fragen nicht mehr beantworten und zwar mit dieser ganzen Ruhenschrift hier es gibt das alte fuhtag es gibt das neue fuhtag das alte fuhtag hatte 24 Zeichen im alphabet das neue hat 16 so und zu der Zeit als es Ruhenschrift gab stand da kein erst mal ist ja die Frage welches fuhtag nutzen wir um zu übersetzen nutzen wir das angelsächsische das dänische das norwegische das schwedische oder keine Ahnung was jeder hat eine andere Schrift oder Schriftzeichen und jeder hat da halt was anderes und diese Übersetzung hier zum Beispiel es ist ja ein Spruch und ich bezweifle dass früher die Wikinger sich irgendwelche Ikea Sprüche in ihren Holz geschnitzt haben das glaube ich einfach nicht da gibt es einfach nur zum Beispiel der ich muss lügen der Dürer zu seiner Zeit der hat glaube ich Gedichte geschrieben der hatte in unserem Wortschatz hatte er keine Ahnung 100.000 Wörter zur Verfügung weil mehr Wörter gab es einfach nicht da gibt es wirklich feste Zahlen aber ich müsste jetzt lügen ich weiß nicht mehr wie viele zahlen heutzutage hätte derjenige schon über drei Millionen Wörter zur Verfügung und diese ganze Wikinger Kram hier die Wikinger haben damals diese ihre Runen einfach nicht dafür genutzt um irgendwelche Herzenssprüche zu schreiben oder was auch immer und man kann diese Runen nicht eins zu eins übersetzen es geht einfach nicht ich habe versucht ich war jetzt auch in Norwegen und ich habe wirklich versucht rauszufinden wie man das übersetzen kann und wenn das wirklich so einfach zu übersetzen wäre dann möchte ich gerne wissen warum es irgendwelche Wissenschaftler stehen vor alten Runen Tafeln und können es nicht übersetzen aber wir Tätowierer können das ich glaube nicht weil eine Runenschrift kannst du von links nach rechts lesen du kannst sie von oben nach unten von unten nach oben und von rechts nach links kannst du sie lesen du kannst sie diagonal lesen du kannst sie lesen wie du willst also es ist ziemlich schwierig das einfach mal so zu übersetzen aber wenn da jemand ist der mir das wirklich plausibel erklären kann ey du musst das so und so machen und so und so ist es richtig dann bin ich gerne bereit zuzuhören aber ansonsten ist es doch ziemlich schwierig Stahl Mike ja es wird ab jetzt jeden Sonntag obwohl die Zuschauerzahlen genauso schlecht sind wie auf dem Donnerstag also spielt es eigentlich glaube ich gar keine Rolle aber ja es wird sonntags 18.30 Livestreams geben ja genau Black Spirit die Runen dienen nicht nur als Schrift jede Rune ist sechsfach ich glaube nicht jede Rune ist sechsfach aber eine Rune hat auf alle Fälle mehrere Bedeutung Irgendwann hat sich eingebürgert dass die Leute das eins zu eins übersetzen da gibt es wirklich für jedes Wort oder für jeden Buchstaben gibt es dann halt die deutsche Übersetzung da kommen mir natürlich schon die Zweifel in keiner Sprache der Welt funktioniert es aber bei den Ruhnen soll es funktionieren natürlich wenn wir alle gleich übersetzen dann ist es natürlich richtig die Wikinger früher die werden wahrscheinlich über uns lachen oder besser gesagt die werden gar nicht verstehen wovon wir überhaupt reden das ist ja alleine schon von Generation zu Generation schwierig ich bin damals als jung schabengel nach hause gekommen und habe nicht niki gesagt ich habe t-shirt gesagt und da sind meine Eltern fast ausgetickt oder oh das ist ja cool nein was ist cool gibt es nicht und so wird es ja immer weiter heute ballert mir mein 15 jähriger so ein wörter am kopf da frage ich mir hallo und so entwickelt sich die sprache immer weiter und und die wikinger früher die waren nicht der meinung einen text zu schreiben liebe ist da wo alle unterm sonnenuntergang keine ahnung hatte so ein wikinger nicht vor glaube ich jedenfalls nicht und ja wenn jemand da mehr weiß und nicht nur einfach irgendwelche kopierten internet texte hat was eine run bedeutung hat da kann mir gerne mal anschreiben würde mir nämlich wirklich interessieren bristande klar klar genau denn es ist halt einfach schwierig mit diesen run und natürlich wenn man wenn man es immer so mir reicht persönlich sowas reicht mir einfach nicht aus nur weil jetzt halt jemand sagt ich komme von da und deswegen ist es so dass das befriedigt mich einfach nicht nur weil ganz viele Leute etwas sagen dass es so sein soll dann reicht es mir nicht ich brauche dafür Quellen oder Zeichnungen oder vernünftige Aussagen dass es auch wirklich so ist und wenn halt in Skandinavien jetzt jemand sagt das steht hier so dann glaube ich dir das dann ist es auch schön wenn es so ist wirklich so ist aber da machen sich die Leute das glaube ich in meinen Augen einfach ein bisschen zu einfach wenn Wissenschaftler diese diesen Kram nicht übersetzt bekommen aber halt andere Leute schon aber wie auch immer Glaube versetzt Berge und wir müssen ja deswegen nicht hier so was haben wir denn noch was ist eigentlich mit dem Tattoo Studio Namen was muss man beachten das würde mich mal interessieren ja Tattoo Studio Namen also grundlegend würde ich jedem empfehlen seinen Namen aus dem Studio rauszuhalten äh ich finde Tattoo bei Günther oder Tattoo bei Klaus oder Tattoo bei Sonnenschein Melody keine Ahnung finde ich total unkreativ und völlig ja keine Ahnung finde ich nicht ganz so toll äh ich würde mir irgendeinen ja irgendeinen Tattoo Namen ausdenken würde aber vielleicht gucken ob der nicht irgendwie patentiert ist oder ob da jemand seine Rechte drauf hat da würde ich vielleicht nach gucken und ansonsten lass deiner Kreativität rein lauf äh die aktuellen Corona Auflagen im Studio sind derzeit keine äh wir haben keine Auflagen derzeit äh ab Oktober sind äh wieder Maskenpflicht glaube ich aber aber da kriegen wir ja dann auch definitiv Bescheid Durki ich habe dich gar nicht gesehen als du gekommen bist aber ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag äh Black Spirit du hast was hast du denn aus dem 17. Jahrhundert das alte Futag oder was so Leute habt ihr noch irgendwelche Fragen wann zeigst du wieder Tattoos wenn es sich lohnt äh ich sammel heute heute früh oder heute Nachmittag sind noch ist noch ein Bild reingekommen aber das lohnt sich nicht mit drei Bildern ähm aber wir können nächsten Sonntag habe ich ein paar Bilder zusammen und dann könnt ihr dann schauen wir uns wieder ein paar Bilder an ich schreibe mal die E-Mail hier unten nochmal in den Chat rein wenn ihr irgendwelche Tattoos habt wo ihr meinen wo ich euch erzähle wie ich das gemacht hätte ich mag das Wort bewerten nicht und mir steht es auch nicht zu irgendjemand zu sagen das ist gut das ist nicht gut aber ich zeige euch dann halt wie ich das machen würde dann schickt mir einfach die Bilder in einer guten Qualität ich mir nützen keine Bilder was die wo Filter drüber sind oder mir nützen auch keine was die ich nicht ran zoomen kann und kann das vernünftig beurteilen die bringen mir nichts ansonsten könnt ihr mir einfach eure Bilder schicken ich schreibe mal eben rein Bristande ich hoffe ich habe dich nicht verärgert oder so das liegt mir absolut fern bei mir ist halt einfach ich ich glaube nicht immer alles nur weil mir das jemand sagt und mein Problem ist wirklich ich habe eine Reihe gemacht mit mit Wikinger Tattoos mit Jacuzza Tattoos mit Maori und so weiter und dann wollte ich nochmal ein separates Video über Ruhnen machen und habe dann angefangen zu recherchieren und ich wollte kein Blödsinn erzählen und habe dann wirklich angefangen ich habe mir diese Foodtags ausgedruckt ich habe versucht Wissenswertes zu finden ich habe mit Shops gesprochen die die Runen und Wikinger Kram verkaufen und selbst die die Leute haben alle einen vorgefertigten Text und haben einfach nur mal wie so eine Doktorarbeit drei Wörter umgeschrieben und haben es als ihren eigenen Text und wenn man dann spezifische Fragen stellt bekommt man keine Antwort mehr oder irgendwas bei den Haaren herbeigezogen nur deswegen und deswegen weil ich da einfach auf keinen Nenner gekommen bin der mich zufrieden stellt und und keiner bin der alles hinter her plappert obwohl es vielleicht nicht richtig ist deswegen habe ich das Video beiseite gelegt und habe gesagt bevor nicht jemand da ist der mir klipp und klar erklärt so und so wurde es gemacht mache ich auch kein Video die Sina fragt mich würde mal ein Video zum Arbeiten mit True Grey Farben zum Beispiel für Cover Up interessieren ja Sina das können wir machen ich habe ja gesehen dass du diese Frage schon gestellt hast wegen dem selber mischen ich persönlich mische das echt grau lieber selber und dann ja ich mische es selber aber ich schaue mal ob ich ich glaube ich habe irgendwo noch ein Cover Up was ich jetzt zu machen habe da mache ich dir gerne ein Video davon ja Black Spirit in der Adder gibt es eine kurze mögliche Erklärung der Runen beziehungsweise wie Odin sie nutzte genau das ist ja schon mal generell so eine Aussage das ist ja im Grunde genommen nichts anderes wie wenn ich sage ich klappe die Bibel auf und da sind diese Bibelsprüche drinnen und so hat Gott das gewollt das sind einfach Sachen die mit denen ich einfach überhaupt gar nicht klarkomme das nennen mich Heide aber ja aber das Thema lassen wir das ist da sind Kriege von entstanden durch Kirchen und so weiter aber ich finde generell diese ganze Wikinger Kultur finde ich cool ich finde auch dieses mystische was drum rum ist finde ich auch cool ich finde natürlich ein bisschen schade es gibt ja wirklich Leute die glauben an Odin Thor und Freya und wie sie alle heißen die glauben an die und das finde ich auch toll aber komischerweise durch diese ganze Fernsehsache Vikings und so weiter finden auf einmal etliche Leute mehr Wikinger auf einmal total toll das ist genauso wie Fußball scheiße finden und zur WM rennen wir alle hin also ich finde Wikinger an sich schon wirklich eine coole Sache ja Paul Thoman mit diesem mit diesem Text ja ich lese das jetzt mal kurz vor der Paul Thoman ich denke Bristande meinte dass das hier nicht ein echter Runentext ist sondern ein englischer Spruch der die Runen einfach gemäß gängiger alphabetischer Zuordnung als Buchstaben nutzt genau Paul das ist ja das was viele machen und das ist auch das was ich tue wenn jetzt hier jemand herkommt und der möchte seinen Kindernamen haben als Runenschrift oder was auch immer dann gibt es ja diese typischen Runen Übersetzer und so und genau das weiß ich so jetzt hat Bristande noch dazu geschrieben nein gar nicht und vieles von dem was du sagst stimmt ja auch nur ist das ja kein Abbild von einem echten Runenstein sondern ein Bild von jemandem aus der heutigen Zeit der scheinbar diesen Spruch integrieren wollte mag sein kann gut möglich sein ich habe den auch schon ziemlich oft gesehen muss ich dir sagen dieser Spruch ist mir nicht wirklich fremd ja das kann gut sein ich glaube also Black Spirit meint dass dieser Kompass auch nicht mehr Wikinger ist sondern schon die moderne ich glaube dieser Kompass der stimmt so oder so nicht weil dieser dieser hier Bereich der ist ja schon falsch aber spielt auch überhaupt keine Rolle Christian Kreuzer ich mache dir die Woche noch zwei Tattoos und schicke sie dir zu ja kannst du gerne tun Jojo meint sowas schaue ich gar nicht Vikings Runen sind zwar interessant aber die Serie oder Film Vikings hat nichts mit den richtigen Wikinger zu tun finde ich ja ich enthalte mich da jetzt der Stimme Patrick Patrick hat hat hier mal wieder eine schöne Frage bei dem Bild Outlines des Tors Hammers dünnstechen oder eher schon anfangs schattieren und kaum sichtbar das ist eine gute Frage wenn ihr die Möglichkeit habt ein Tattoo von der Zeit her von unten nach oben komplett durchzuarbeiten dann tut das auch weil dann das Motiv einfach viel schöner wird dann würde ich wirklich von unten nach oben hoch schattieren mit mit der mit mit einer Softage Magnum oder was auch immer ich würde hier wirklich wie ich vorhin gezeigt habe hier diesen Bereich hoch schattieren dann hier wieder reingehen und würde es komplett schattieren ohne Outlines ich würde wenn das Motiv dann fertig schattiert ist dann würde ich ich nehme mal eine andere Farbe dann würde ich trotzdem mit einer mit einer von mir aus auch mit einer Leila oder mit mit einer Round Schäler ab und zu diese harten Kanten setzen hier zum Beispiel und hier dass ihr wirklich einen schönen Übergang habt und auch mit einer neuen Round Schäler vielleicht diesen Bereich hier nochmal abziehen dass ihr hier auch eine etwas härtere Kante bekommt das würde ich schon machen oder dieser Bereich hier dass ihr den auch nochmal ein bisschen mit einer härteren Kante lang geht es gibt ja harte Kanten in der Natur das würde ich schon machen aber wenn ihr wirklich dieses komplette Motiv einmal mit Outlines abzieht und dann ausschattiert dann seid ihr ruckzuck in diesen Mal nach Zahlen würde ich nicht machen ich würde wirklich von unten hoch schattieren und Linien wirklich nur da ziehen wo auch welche sind und welche hin müssen genau ich hoffe ich habe deine Frage beantwortet Alex ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag wir hören und sehen uns Andreas Pani fragt Axel Tattoo besondere Vorkehrungen Axel Tattoo definitiv wirklich glatt rasieren das ist wichtig ich würde vielleicht kein Axel Tattoo im Hochsommer machen weil erstmal hält das Stencil sowieso schon total bescheiden unter den Achseln und wenn es ist auch wirklich unangenehm wenn der jenige echt krass schwitzt unter den Achseln also da würde ich wirklich weil du kannst kein Deo drauf haben du kannst es nicht ein cremen oder was auch immer du musst da mit Desinfektion rauf das muss glatt rasiert sein und genauso wie unter den Achseln genauso wie im Schambereich hat man sehr sehr harte Haarwurzeln und das tätowiert sich wirklich nicht schön aber ansonsten ist es eine Haut wie jede andere auch und also wenn man da tätowiert ist es so wie zum Beispiel in den Armbeugen wenn man hier rüber geht dann ist die Haut auch anders sie wird sie schwillt anders an so eher so pickelig und die Haut ist auch relativ dünn so ist es unter den Achseln auch Black Spirit schreibt dieser Kompass ist einer von zig unterschiedlichen es gibt einen Katalog davon aus Island zur Zauberei benutzt na ich kenne nur zwei mögliche Sachen einmal ist es dieser Schutz diese Schutz Kompass nenne ich es jetzt einfach mal das sieht so ähnlich aus hat aber alles die gleichen Zeichen das ist ja das hier mit dem Schutz was sie sich hier auf Schildern oder auf den Kopf gemalt haben und so weiter und dann halt diesen dieses Symbol hier was alle als Kompass sehen das ist im Grunde genommen auch nur so ein Schutz Symbol der den Weg wieder nach Hause findet und so weiter im Grunde genommen sind es ja alles nur Symbole die entweder den Gegner Angst einflößen sollte oder wie Kriegsbemalung im Grunde genommen oder halt irgendwelche Glücksbringer ist im Grunde genommen im Maori genau dasselbe das sind auch alles nur Glückskeks Weisheiten ja so wie Tobias das schreibt egal ob Wikinger Christen oder sonst was keiner von uns war in der Vergangenheit dabei und kann hundertprozentig sagen was richtig oder falsch ist das stimmt Jojo fragt wie erstellt man ein Tattoo was aussieht wie ein Armband also um den Arm herum das ist da gibt es unheimlich viele Versionen wie man das machen kann einige sagen Gummiband Gummiband finde ich persönlich total blöd weil es einfach nicht funktioniert dann im Grunde genommen ich kann euch das mal ganz kurz zeigen egal was ihr macht ob ihr ein Maori Tattoo macht ob ihr irgendwelche Armbänder machen wollt oder 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 das ist das Einzige was ihr braucht und einen Stift dazu wenn ihr zum Beispiel hier um den Arm wollt ihr ein Armband haben das komplett gleich ist dann nehmt ihr euer Klebeband es hat eine exakt gleich breit so mache ich euch aber noch ein separates Video von das habe ich schon bei mir auf der Liste so jetzt habt ihr dieses Klebeband und ihr habt euren Arm jetzt könnte man so anfangen und versucht es da rum zu basteln ist aber blöd also was machen wir die Person hält den Arm nach vorne und zwar so wie er sie die meiste Zeit hat wenn er was zeigen will das heißt so er hält den Arm so nach vorne und relativ gerade dann nehmt ihr das Klebeband und geht von unten ich zeige euch das hier ihr geht von unten unter den Arm setzt es an ihr schaut immer schön von oben dass es gerade ist setzt es an zieht es hier rum kürzt es halt ein bisschen hier das Mikrofon das geht auch nicht ganz gerade so geht mit dem und geht hier komplett gerade rum dann nehmt ihr einen Stift und zeichnet diese Linie nach wenn ihr diese Linie fertig habt und ihr wollt jetzt noch ihr habt jetzt eine Linie wenn ihr jetzt diese Linie nochmal haben wollt aber ihr wollt es schmaler haben wie das oder breiter wie das jeder Tätowierer hat Holzmundsparte und zwar zeichnet ihr euch jetzt hier ein Strich jetzt wollt ihr so macht den Strich mal ein bisschen breiter so jetzt habt ihr hier diesen Strich und ihr wollt jetzt ein Armband haben was 4 cm breit ist dann macht ihr ungefähr hier noch ein und jetzt habt ihr euren Arm und haltet an diesem Strich und macht hier unten diesen Strich geht ein Stückchen weiter macht den Strich geht ein Stückchen weiter macht den Strich und dann verbindet ihr diese Striche und das ist alles wenn ihr jetzt da ein Mandala haben wollt oder irgendein ein Muster dann müsst ihr es rauf zeichnen so einfach ist das oder ihr habt ja jetzt hier zum Beispiel diesen diesen Abstand von 4 cm jetzt könnt ihr euch zum Beispiel bei Procreate ist es ganz einfach so ihr macht eine neue Galerie und jetzt könnt ihr zum Beispiel hier auf Leinwand gehen und dann klickt ihr hier auf Zeichenhilfe jetzt könnt ihr die Zeichenhilfe bearbeiten so und zwar macht ihr eine Rastergröße von Zentimeter machen wir 1 cm fertig und fertig wo ist denn jetzt meine ach von 1 cm geht da muss denn jetzt mein hoch wenn ich mal was zeigen will so jetzt habt ihr mit eurer Zeichenhilfe habt ihr jetzt diese Linie so ihr wollt einmal um den Arm rum also habt ihr hier und hier das sind jetzt 4 cm jetzt könnt ihr zum Beispiel das eingrenzen geht hier so jetzt suchen wir uns einfach mal habe ich hier irgendwas wir nehmen jetzt hier einfach mal das so nehmen wir ein Rechteck so jetzt haben wir dieses Muster dieses Muster wollen wir jetzt auf 4 cm haben und es soll sich wiederholen so setze ich jetzt hier unten an und ich mache es kleiner damit ich es auf 4 cm habe so ist es auf 4 cm jetzt nehme ich diese Ebene und dupliziere mir die und mache es vertikales spiegeln weil dann passt es auch ganz genau hier rauf so und so könnt ihr dieses Muster immer weiter führen ganz einfach gut ja Kevin ist weg tschüss Kevin äh Andreas Pani fragt wie gehst du beim Armband von der Musterlänge vor damit die Muster am Ende genau abschließen das ist ganz schwierig und eigentlich überhaupt gar nicht umsetzbar ihr könnt euch jetzt mit viel Aufwand könnt ihr euch so ein Maßband nehmen aus dem Nähbereich und könnt euch das wirklich ausmessen aber es funktioniert in der Regel nicht was man machen kann man lässt es an einer Stelle offen ihr könnt ja zum Beispiel hier diesen Bereich könnt ihr einfach offen lassen dass das Armband nicht geschlossen ist wenn ihr wollt dass es geschlossen ist dann müsst ihr euch das von vornherein einteilen dass ihr ja im prinzip könnt ihr auch das nehmen und wenn ihr zum Beispiel wisst dass keine Ahnung dass von hier bis hier sind es jetzt vier Zentimeter also im Grunde genommen eine Blume sind vier Zentimeter dann habt ihr hier euren vier Zentimeter Maß und könnt euch ranhalten ob es ungefähr hinkommen würde das Problem ist dass es Haut ist und dass es auch eine Tätowierung ist und es kann nicht immer alles 100% genau sein weil es einfach nicht funktioniert und deswegen ist es bei Maori du musst halt alles komplett drauf zeichnen und dann teilst du dir das auf die Fläche ein und oftmals wenn man jetzt zum Beispiel ein langes Maori Band hat dann teilt man sich wenn man jetzt zum Beispiel ein paar Zähne machen will dann teilt man sich hier diese breite ein man nimmt sich immer hilfsmittel dann teilt man sich das ein und so und jetzt sehe ich am Ende oh ich werde nicht mit allen hinkommen dann fange ich schon an sie etwas etwas kleiner zu machen oder etwas größer zu machen so dass es am Ende gleichmäßig aussieht so Sascha Hörn hab Pierre und seinen Kanal erst vor wenigen Tagen entdeckt hast wirklich sehr interessante Videos und bist mega sympathisch werde jetzt öfters mit am Start sein liebe Grüße an euch alle I'll be back ja herzlich willkommen Sascha ich freue mich wenn du abonnierst so liebe Leute ich denke es ist jetzt viertel zehn und ich denke das reicht auch für heute ja im großen und ganzen kann ich sagen ich sehe jetzt hier meine Aufrufe und so weiter es ist im Grunde genommen genauso wie am Donnerstag und was aber auch nicht weiter schlimm ist aber für mich passt Sonntag glaube ich immer ein bisschen besser weil man da schon mal einen Tag frei hatte in den meisten Fällen und ja ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Rest Sonntag was auch immer davon übrig bleibt ich wünsche euch einen unheimlich schönen Start in die neue Woche ich habe übrigens noch Urlaub ich will nicht angeben aber ich habe noch Urlaub und ich denke wir sehen uns im nächsten wir sehen uns im nächsten Stream oder was auch immer oder Video es kommt diese Woche noch ein Video und zwar geht es da ums Geld und das ist nicht nur für Kanal Mitglieder sondern für alle da geht es ums Geld wie man was berechnet ja und damit verabschiede ich mich von diesem Stream und wünsche euch Tschüss